Wow! Explosionen überall! Boah, ein toller Anfang für diese Folge, ne? Und jetzt sind wir noch zu zweit. Schreibt mal alle in die Kommentare. So, was war man jetzt? Ein Lebkuchen-Mann. Ist das, oder was? Ja, Gingerbread. Das ist Lebkuchen. Und dann würde ich halt einen Lebkuchen-Mann bauen. Kannst auch, kannst auch noch mal googlen, wenn es das nicht glaubst. So, Gingerbread, hier. Ich hab auch genug Folgen im Review schon gesehen. So, wie, das muss, ja... Ja, mehr gibt's so nicht zu sagen. Ich baue schon wieder zu groß! Das wird bei mir ein halbes Pixel-Art, weil das ist halt einfach ein Lebkuchen. Kann man nicht so 3D bauen. Das ist halt einfach ein Lebkuchen, und es wird auch immer eine Bleibkuchen. Richtig. Meine Rede. Das wird ein fetter Lebkuchen. Oh Gott, das ist ja... ...Proportionen gehen schon wieder gar. Wenn du den immer so fett bauen musst? Nee, das ist grad nicht, weil ich ihn so fett baue, sondern weil er scheiße kommt. Meins zu leid. Es fliegt halt. Es sei sein Ende. Das ist halt einfach. Äh? Was? Es ergibt schon wieder keinen Sinn bei dir. Aber jetzt hab ich.. Was? Lauter. What the fuck, ey? Jogfleisch, mit was baust'n du? Oh, okay, jetzt muss ich stehen. Jetzt seh ich ne Minute und mir fehlt noch ein Arm. Also beide Arme. Ich hab halt halt Pixel-Art vom Feinsten. Aber das ist halt echt ein Thema, wie schwierig es ist, nicht Pixel-Art zu bauen. Naja, also ich hab's jetzt halt halt durch einen Blockbrei so gemacht. Ich schon. Da stehst du auch zu, ne? Da stehst du mit deinem Namen. Ah, der Ether-Rate-Quitted schon. Zeitdruck. Zeitdruck. Das sagst du schon jedes Mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der hat ein umgedrehtes Herz auf dem Bauch fällt mir grad auf. Da ist cool, aber jetzt wird Pixel-Art aber egal, da sind wir jetzt mal nicht. Da fehlt aber was, also gibt's ein... Okay. Crystal. Da kann man nicht mal gescheit erkennen, wo Arm und Ding aufhört. Was ist das für ein Hase? Das ist... Das ist meh. Nee, das ist meh-Spleeding. Boah, Alter. Kanko-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu. Hai-Spleeding. Oh, oh shit. Ich konnte nicht mehr wohnen, ich wollteけど jetzt okay gehen. Hat da einer reingepisst in den Talb oder was? Oder warum ist da so gelb? Meh. Da muss da Zuckerguss hin, ja? Hat da wenigstens Zuckerguss hingepflanzt. vor allem was hier verzauberungs scheiße hatte vorgepläntet einfach auf einem verzauberungs kacke damit gaming heißt die einzige der explodiert sogar eine runde ist das so wie man sich den vorstellt runden kopf er ist so fett ich gebe gut ja das ist das ist eben nicht 3d er das ist eben 3d wie sie eigentlich immer die kommentare kommentieren müssen alter das ist äh das ist irgendwie zu fett das ist okay Lebkuchenherz Nein meh Nein meh NICE Fragezeichen durch die und schlicht und sie hat mehr als er hatten wir hatten über das hier oder die Händler aus das geht die Sonne unsymmetrisch ist ja Dein arme ist Hüge! Wuuuuh! Schein! Ja, gegönnt mir auch! Hoffnung, letzter! Ja, hättest du abgestimmt, wenn ich... Hahaha! Ich wollte gerade auf It's Okay klicken und dann war die Scheiße vorbei. Boah, dann hast du mich nicht einen rausgehauen! Hahaha! Hoffentlich wird die nächste Folge besser! Oh, da geht's ja auch schon weiter! Ja, da geht's! Ja, da geht's!